ARD Text im Auftrag von Funk Okay Leute, legen wir uns ins Zeug. Ja. Wie ist er denn? Habt beendet, du kannst! Steh auf, sofort! Er war nicht recht begeistert, dass ich ihn umgeschossen hab. Er hat wohl umeinander geschrien. Ja, ich geh. Ich bin schon wieder so aufgeführt, dass ich ihn schon wieder jagen. Anscheinend. Ja. Irgendwas schießt da. Ja, einer ist im Fenster von unter der Höhe gewesen. Aber er hat schon gelehnt. Macht mir jetzt nicht so viel dran. Das Missionsziel lautet das Kopfgeldziel auszuschalten. Es sind noch 24 Feinde dort raus. Warte, wir müssen mich kurz verstecken. Der Auto ist da. Kommt mir wieder. Feindliche Drohne über uns. Das Gas breitet sich aus. Ja, wieder da. Ja, schauen wir mal ins Gefängnis rum, oder? Servus. Was? Ja. Dann nicht. Ja, klar, ja. Kannst du gleich runter? Ja. Da ist Ofer. Ja, ja, heiß. Ja, heiß. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ja. Feindliche Drohne über uns. Da ist auch das rot. Gehen wir weiter hier. Ja, gehen wir weiter. Auf der Umbruch der Drohne. Wir bündet Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Der Feind nähert sich! Der Feind nähert sich! Ja, der fliegt da irgendwo irgendwo bei uns! Abtragszeit abgelaufen! Der ist nebenan! Halt! Ich war immer zu spüren! Da fliegt auch noch einer! Angeschossen ist sehr gut! Bist du weg, aber... Nein, noch mal ein Glück! Gehen wir gleich runter, da wo wirklich was ist! Gasmasken! Ich hab hier was gefunden! Falls jemand das braucht! Gehen wir gleich mal in den Scheiben, oder? Rücke vor! Ich hab schon, wie wir vom Dach wieder abgeflaggt sind! Hinn und tritt die Gegner! Da sind ja beim Fenster aus, da schaut's einmal komplett hin! Da ist keiner drinnen! Oh, da ist keiner drinnen! Da höre ich in der Kiste! Hm, was ist das für Dreckshäuser? Da geht's da auf! Weißt schon! Du weißt eh wieso, du brauchst nicht nur ausstecken! In optischen habe ich eh schon ausgesteckt! Was neibt irgendwer! Das Gas nähert sich dir! Das Gas nähert sich dir! Wir sind in der Sicherheitszone! Auf Feinde aufpassen! Kontakt! Ey, wieso trinke ich denn den? Jetzt hab ich ihn drauf, noch einmal! Er ist gestorben! Auf Feinde im Gebiet! Er ist wohl nicht gesprungen! Feinde im Gebiet! Er ist wohl nicht gesprungen! Feinde im Gebiet! Da steht einer beim Turm! Feinde Aktivität! Nur noch! Ja, da 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 rein! Da rennt einer sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Wieso triff ich den denn nicht? Alter! Nicht! Da landet einer mit dem Fallschirm! Kontakt! Los Verkaufaktion! Die Preise der Vorratsstation wurden angepasst! Da unten rennt einer hin! Feinde im Gebiet! Kontakt! Irgendwenn habe ich die Masken mit meiner... Ah, ich hab mit meiner Kleemar bin troffen! Ich weiß, wo er noch ist! Er ist da beim Gefängnis und... Feindliche Tonne! Also auf Osten, drei Gefängnis! Auf Osten! Auf Osten! Keist oben! Keist oben! Keist oben! Rechts neben uns! Den habe ich schon ein wenig angeschossen. Keist oben! Ah, ist bei der Kaufstation! Geht einkafen. Er liegt da drunter, oder? Feind, der im Gebiet! Hoch! Unter uns! Wer ist denn hier geschlossen? Achtung! Nicht, also nicht! Er ist klar! Die heilt ich, ne? Hallo, bist du hier? Er ist unter uns! Er ist unter uns! Wir sind unter uns! Der Feind nähert sich Hast denn du umgeschossen? Nein! Er ist mit der Hauskampf wieder! Wir sind im Kreis! Macht euch bereit für den Kampf! Irgendwer kommt! Ah, da kämpft er da! Freund, wir schießen! Ich hab beide, ich hab alle erwischt! Jawohl, ich bin in dem Raum da da! Du, steh auf! Kämpfe! Keine Ahnung, wie ich das wieder geschafft hab! Wurscht! Ja, aber er hat doch geschossen! Er hat immer nur Flott nicht! Ja! Feindliche Zone über uns! Und ich hab keine mehr vor allem! Du musst da jetzt gar rein sammeln gehen! Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Mach die Tiere dazu dann! Schnell! Du wirst mich eigentlich nur irgendwie das Heißel da verteidigen! Zwei Bände unter uns? Ja Ich glaube, wenn wir die Stürme da verteidigen, kriegen wir Klingt heavy, wenn es über uns war, na? Toll, da ist einer! Einer ist weg! Der untere ist noch unter uns da dabei Er ist hinter der Stürme Er ist auch auf Osten 13 Meter unten Er kommt, 13,9 Meter Das Gas nähert sich dir 15,8 Meter Osten 16,2 Meter Osten 16 Meter Osten 16 Meter Osten 15,8 Meter Osten 15,8 Meter Osten 13,8 Meter Osten 13,8 Meter Osten Und beim Heiser schießt wer Da drüben 4 Sonne da Da sind die Gegner alle Nicht nachlassen Ja Ja Ja, er hat wieder rief Ja, er hat wieder unten Er hat einen Tier zugemacht Drei Feinde herinnen Vier Feinde herinnen Ja, okay Vier auf 13,2 Meter Osten 9,8 Meter Osten Er nähert sich Ich hab mal so einen Luftschlag reinlassen Er ist ein Römer! Er ist ein Römer! Er ist ein Römer! Er ist ein Römer! Er leitet sich aus! Ah, Römer! Oh! Ja, passt! Die Zonen! Unten uns! Ich nehme dich! Wir haben eher Gasmasken Unten uns! Ah, Römer! Hier unter uns! 2 und los! 2 und los! 2 und los! 1 und los! 1 und los! Das sind nur 2! Ah, da sind nur 2! Einer liegt am Boden! 2 und los! 2 und los! Schieß er los! 1 einfach hoch! Ja! Let's go! 2 und los! 2 und los! 2 und los! Er hat löscht! Mit einem gesamten Team aus! Kennen 6! 2 und los! Das war ein geiler Schuhkamera! Die haben wir weggeschickt! 1 und los! 1 und los! 2 und los! 2 und los! 2 und los! 2 und là! Derulo im shock. 2 und los! 2 und los! 2 und los! 3 und los! 3 und los!